Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister, wir machen inshallah ta'ala mit dem zweiten Teil von diesem Durs, den wir angefangen haben, über den Titel von dem Durs hieß Der Gründe der schiitischen Sekte Ibn Sabah al-Majusi Der Gründe dieser zwölf imamitischen Sekte Ibn Sabah al-Majusi Natürlich, wenn man das jetzt zu den Shia sagt, die lehnen das auf jeden Fall ab und sagen, das ist nur ein Märchen Und es hat niemals gegeben, Ahl al-Sunnati al-Jama'ah haben diesen Personen halt ausgedacht, um damit die Schiiten schlecht darzustellen Abgesehen davon, dass die schiitische Sekte beinahe bei vielen deren Akide gleich ist mit der jüdischen Religion Das wird, wenn ich euch eine extra Durs vorstellen, wie gleich deren Ibadah ist, liebe Geschwister, davon reden wir jetzt nicht Wir reden davon, ob dieser Ibn Sabah tatsächlich existiert hat oder nicht Normalerweise, wenn die Schia sagen, dass der Ibn Sabah nicht existiert, liebe Geschwister, dann müssen sie auch darauf einig sein Die Leute, diese Leute müssen darauf einig sein, dass diese Person nicht existiert hat, sondern es ist nur ein Märchen Aber wir sehen das Gegenteil in den schiitischen Büchern, in den uralten schiitischen Büchern Und auch heute, liebe Geschwister, sehen wir auch zwei Meinungen bei den Rafila Es gibt Leute, die sagen, der existiert nicht und die sind dumm und die haben keine Ahnung von der Geschichte, die haben keine Ahnung von deren Büchern Es gibt Leute, die sagen, doch, der hat existiert, das kann doch nicht sein, dass er nicht existiert hat Unsere Bücher ist voll mit seiner Nachricht, mit seiner Akhbar Ja, und es ist auch voll mit Riwayat von A-Imma, von den A-Imma, der bei denen halt fehlerlos sind Ma'asumin, wo die diesen Typen nennen mit seinem Namen, Abdullah ibn Sabah Jetzt kommt wieder Spruch, liebe Geschwister Das heißt, die sind nicht darauf einig Aber ich habe hier ein schönes Video von dem Bruder Antima Jus Also, der halt die zwei Seiten uns mal zeigt Und ich werde, Inshallah Ta'ala, dazu auch was kommentieren Und dann machen wir halt auch mit ein paar anderen Beweisen weiter Wir haben ja im ersten Teil unserer Darse über die, nur über die schiitischen Gelehrten gesprochen Über, wenn ich mich nicht mehr, wenn ich mich richtig erinnere, waren über 23 Großgelehrten der Schia Denn wir genannt haben, die sie alle bestätigt haben, dass dieser Abdullah ibn Sabah existiert Mit Überlieferungen von den A-Imma, nicht von Seif ibn Umar Und diesen ganzen Leuten, den sie nennen Die sagen, dieser Abdullah ibn Sabah wurde nur durch Seif ibn Umar überliefert Und es gibt keine andere Überlieferung und so weiter und so fort Das deutet auf die Ahnungslosigkeit und der Dummheit von Rafidah Weil die keine Ahnung haben, wieder von der Geschichte, wieder von deren Büchern Und das werden die Inshallah Ta'ala heute beweisen Ich habe auch ein sehr schönes Buch, den ich jedem empfehle, Inshallah Ta'ala gleich Diejenigen, die Arabisch halt können, dass sie diesen Buch auf jeden Fall lesen Zuerst hören wir, was die Majus sagen über Abdullah ibn Sabah Und dann die anderen Majus-Gelehrten sagen was anderes Das ist sehr schönes Buch, was die Ausgleich, was die Menschen in der Kirche Und dann die Erweiterung von der Kirche Das ist ein sehr schönes Buch, was die Menschen in der Kirche So, das ist ein Majusi mit dem Namen Nakhshawani. Er sagt, er existiert nicht. Er sagt, es gibt halt, die Leute sagen, dass der schiitische Sekte, halt gegründet wurde von einem Juden aus Jemen. Und das ist eine Mythe. Er sagt, das ist ein Märchen. Dieser Typ existiert gar nicht. So, er behauptet, dieser Majusi, dass er gar nicht existiert, sondern, dass es nur eine Geschichte ist. Und dieser Typ im realen Leben hat er gar nicht existiert. Nur ein Mythos ist das. Nichts anderes. Das ist der erste Majusi. Hören wir den zweiten Ibn Mut'a. So, dieser Majusi sagt, die Makhalifun behaupten, behaupten, er sagt, die Makhalifun behaupten, dass die schiitische Sekte gegründet wurde von einem Yahudi, den Juden aus dem Salah, aus dem Jemen. Jetzt kommt dieser Kafir und er sagt seine Antwort dazu. Er sagt, dieser Typ ist Mythos. Hat gar nicht existiert, sagt er. Er sagt, soweit ich halt das untersucht habe, Er sagt, das ist erfunden, diese Person. Er sagt, wir haben 150 Jahre nichts von ihm gehört. So, er sagt, wieder die Makhalifun. Wieder die Makhalifun. So. So, da sagt er, wir haben keine Beweise von den Makhalifun, die die Geschichte geschrieben haben und auch Makhalifun, die die Ahadith überliefert haben. Wir haben letztes Durst, liebe Geschwister, wie ihr euch erinnert, ein Hadith von Aba Abdullah, a.s. überliefert, von Ja'far al-Sadiq, liebe Geschwister. Er nennt ihn. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, er hat keine Ahnung davon. Wir hören weiter zu. Ach so, bevor ich vergesse, er sagt, 150 Jahre haben wir von diesem Typ, Abdullah al-Saba, nicht gehört, wieder von Muarrichun noch von den Gelehrten, die die Ahadith überliefert haben. Kommen wir zu diesem Buch, liebe Geschwister, Tawdihun Neba an Muassass al-Shi'a Abdullah al-Saba Seite 87. Ja? Das ist eine sehr, sehr gute, sehr eine der wichtigsten Bücher überhaupt, die geschrieben wurde über diese Gründe von Schi'a, zwölf Imamite, nämlich Abdullah al-Saba, deren Führer. So, jetzt sagt er hier, er sagt, er sagt, es gibt hundertprozentige Einigkeit zwischen den Gelehrten von Ahl-Saba und den Rafi'da Gelehrten, dass dieser Typ, Abdullah al-Saba, der Führer von Schi'a ist und dass er tatsächlich existiert hat. Kommen wir jetzt zu dieser Seite hier, Seite 88. Lasst mal gucken, nur ein paar von unseren Gelehrten, die halt über diesen Abdullah al-Saba überliefert haben. Zum Beispiel Imam al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiyyah, liebe Geschwister. Davon haben wir gesprochen in seinem Risale. Er ist gestorben im Jahre 100 nach dem Hijrah. Das ist erstmal seine Lüge, dass keiner über ihn erzählt hat. Der zweite, al-Imam al-Zuhri, Muhammad ibn Muslim, der ist gestorben im Jahre 125. Ja? Imam Qatada ibn Da'amah, der ist gestorben im Jahre 120 nach dem Hijrah. Lieber Geschwister. Kommen wir zu anderen Gelehrten. Al-Imam al-Hafzha Abu Uthman Amru ibn Bachar, der ist gestorben im Jahre 255. Kommen wir zu Imam ibn Sa'ad, Muhammad ibn Sabah, und Muhammad ibn Sa'ad in seinem Buch Tabakat, der ist gestorben im Jahre 230. Kommen wir zu Imam ibn Habib al-Baghdadi Abu Ja'far Muhammad ibn Habib, der ist gestorben 245. Diese Leute haben alle über ibn Sabah geredet und haben gesagt, dass er existiert und haben gesagt, dass der behauptet hat, dass Ali Gott sei und so weiter und so fort. Gehen wir chronologisch Al-Imam al-Jazdani ibn Ishaq, der ist gestorben im Jahre 255. Imam ibn Qutayba, Abdullah ibn Muslim ibn Qutayba, der ist gestorben 276. Kommen wir zu Imam al-Baladari Ahmed ibn Yahya ibn Jabir, der ist gestorben 279. nach dem Hijra. Das sind alles unsere Gelehrten übergeschwissen. Imam al-Tabari, der große Muarrich, der hat in seinem Buch Ta'arich über die Ahdath Sanat Thalafin, über die Ereignisse im Jahre 30 gesprochen und da hat er auch diesen Abdullah ibn Sabah, dieser Führer von Shia genannt. Der ist ihm gestorben im Jahre 3010 und dhakar al-Saba'iyyata für Tafsiri. In seinem Tafsir auch, nicht nur im Tarikh, seinem Buch Tafsir, sondern auch im Tafsir, Block 6, Seite 187, hat er dieses Vers in Surat Al-Imran da sagt er Das ist ein Mörrch. Abol-Hassan Al-Asch'arri, Ali ibn Ismail, die ist gestorben 133, in seinem Buch in seinem Buch Block 1, 187, als-Saba'iyyye als-Saba'u Abdullah ibn Sabah al-Saba'iyyya lam-yamut. Imam Abol-Hassan sagt, dass die Sabah'iyyya, also die heutigen Raafida, behaupten, dass Ali gar nicht gestorben ist. Deswegen gehen die auch zu seinem Kabber und sagen Ja, Ali, liebe Geschwister. Ibn Abol-Rabba, Ahmad ibn Muhammad Abu Amr al-Andalusi, der ist gestorben im Jahr 328, sagt in seinem Buch, auch Al-Aqid Al-Farid, Block 2, Seite 146 bis 150, als-Saba'iyyat Imam Ibn Hibban, einer der großen Gelehrten, Hadith Gelehrten, gestorben 354 nach dem Hijra. Hat ihn benannt. Mutahir ibn Tahir al-Maqdisi, 355. Ich will jetzt nicht alles nennen, liebe Geschwister. Da sind alles, guck mal, 14 Gelehrten habe ich bis jetzt gezählt, 15, 16, ja, da sind alles Gelehrten von Ahle Sunni und Jama'ah, die dieser Rafe, die Majusi bestätigt haben, dieser Abdullah ibn Sabah, ja, das sind alles, guck mal, bis jetzt sind ungefähr über 35 Gelehrten, liebe Geschwister, ja, es geht ja weiter, es geht ja weiter bis hier, bis 46 Gelehrten, liebe Geschwister, bis zum 2182 imam San'ani al-Rahmatullah haben die, noch mehr, also ich will nur ein, das war nur Ba'ad, ja, das war nur ein bisschen von, äh, von den, äh, Gelehrten von Ahle Sunni und Jama'ah, Ali und Rahmatullah, wenn wir die Gelehrten, auch, liebe Geschwister, nicht nur das, eine wichtige Sache ist, As-Saba'iyyya to'ala Al-Sinni til Shu'ara, nicht nur die Sabahiyya wurden durch den Geschichtsbüchern erzählt und Ahadithbüchern, sondern auch die Gedichte haben über diese Rafe erzählt, also die Gedichte, die damals Gedichte geschrieben haben, wie zum Beispiel A'isha Hamadan Abdurrahman ibn Abdullah ibn Al-Haridh, der ist gestorben im Jahre 83, lieber Geschwister, er sagt in seinem Gedicht, und das ist halt überlefert, Imau al-Tabali hat das überlefert in seinem Buch, Block 6, Satel 354, da sagt er, sieh, ak-sahadu am an-kum sabayyya tun wani bikum ya schurta al-Kufri a-ri-foo ya al-Farazdak ham-mame ibn galib ibn sa' sa' liba gish bas, dyes gish toom ya hundat zegt en ya gire d-i sabayyya min anna ki yin al-ahad min sabayyya tin wama zubairi min dði b-i a-dara ya und so weiter und so fort ja was haben wir noch wir haben noch die leute auf also die gewehrten und die schreiber und schriftsteller von von heutigen zeit heißt heutige zeit ja da haben wir zum beispiel imam ihsan ilahi zahir imam abdurrahman badwi was haben wir noch wir haben so viele imam aber was sheikh al-lama al-nahir muhammad ibn salih al-uthamin ali rahmatullah wir haben noch mahmoud shakir yusuf al-asch das sind unsere zeit saeed al-afghani ammar al-talibi ja wir haben so viele gelehrten liebe geschwister wie ihr seht ja wenn wir einfach nur die seiten runterrollen seite 130 103 kommen wir zu gelehrten der shia die diese majusi bestätigt haben dieser führer von shia a imma tu shia ti jathbutuna schachsiyata ibn sabba die gelehrten von shia bestätigen hundertprozentig beziehungsweise tausendprozentig dass dieser abdullah ibn sabba existiert hat liebe geschwister al-mahdi ahmad jahiyah al-murtadah der jetzt gestorben jahre 840 kommen wir zu jahiyah ibn hamza 740 kommen wir zu äh nashi lakbar abdallah ibn muhammad al-anbari 293 das sind alles al-qummi liebe geschwister das ist eine der größten gelehrten von shia 301 da sagt er in seinen buch zum beispiel al-qummi al-makalati wal-firaq wa hazihi al-firaqa tu tusemme bis sabaie a sahabu abdullah ibn sabba wa kana awal man a-zharat ta'na ala abie bekrin wa umar wa uthmana wa s-sahabata wa taba arram inhum al-qummi sagt der erste der angefangen hat die sahabat zu beschimpfen war abdullah ibn sabba libe geschwister so wem folgen libe geschwister jetzt die shiaa die folgen doch abdullah ibn sabba abe hundat got sentish in demzi abu bakrun umrun umarun onothman wa s-sahabah aliyihimussalam ajmaiin faflukhin neche lellaista jen buchun fenn libe geschwister nubaghtii aynadea fiyate n'budgetchafte von abu sardab diin kellefte shwunden ist al-qasana ibn musa aaa aaa dgaia hundat s-sain da z Онаkta inzanebuch firaqa shiya z aate a 22 sikhia tapa yadabu assaabu abdullah ibn sabba wahaka jamaعة unahlel mii min ashabi Ali er sagt, Abdullah ibn Sabah als Sabahiyah sind Leute, die halt zu den Führern Abdullah ibn Sabah gehören und viele von den Jemaahen von Ehlililm er sagt, viele von Ehlililm haben dies überliefert von den Gefährten von Ali nicht von Seyf ibn Umar da sagt er, min Ashabi Ali die Gefährten von Ali sagen anna Abdullah ibn Sabah kana yahoodiyan fa aslama wa wala aliyan Abdullah ibn Sabah wa an yahoodiy, hat den islam angenommen und hat im seite von Ali al-Kishi, liebe Geschwister Abu Umar 369 gestorben er hat viele Rewaayat überliefert, dass Abdullah ibn Sabah ein yahoodi war und den islam angenommen hat und auch bei Ali geblieben ist im seite von Ali kummi, abu jahfar al-Sadduq, ibn baba weih 381 sagt in Zainanbuch al-Khisal, baba al-Takkiib Rewaayat 955 Hwaraan li'ali r-Ali maa Abdullah ibn Sabah wa an Abdullah ibn Sabah Und das ist in dem Buch Man la jahduruhu al-Faqih, Block 1, Seite 213 Liebe Geschwister, wir wollen nicht alles Al-Majlissi, das ist die 8. Al-Kulaini, Rafezi, Muhtarik, Abul-Ufer Kommen wir Tusi, Abul-Ja'far bin Mohammed Ja, gestorben 460 Der Abul-Ufer gestorben 329 かった wird mir nicht � Agricury format Tap 1547 Abud-E Hur Abud-E Hur Abd-E Hur Abud-E Hur Abud-E Hur Er sagt ganz wichtig, ich guck mal, Abdullah ibn Saba, er raja'i lelkufr. Der ist zum Kufr zurück, wie er sagt er. Er sagt er. Und dann hat er, die über die Zeit gehalten. Und er hat behauptet, das Ali, das, er behauptet, das ist Prophetsa, und das Ali, Gott ist. Maman kanni, Mحمel ibn Hassan ibn Abdullah, gestorben 321. Tar-Gemali ibn Saba, imidhashan ibn Saba, in der Ersteunfad in dem Ah 6i. Hexzab, er örtet ist sale, er örtet ist an der Ersteunfad, er örtet ist. Er örtet ist er örtet ist. 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 Das ist ein Schieger der Beschäftigtes von den Räumen der Räumen des Räumen. Aber das sagt, dass Abdullah bin 7. die Nubwete und die Zahm den Amr der Mäumen des Islam ist. Das sagt, dass Abdullah bin 7. das er Prophet ist. Und das er sagt, dass das Ali, Allah sei. Und das Erwärmste. Das ist ein Schieger von Ibrahim. Ich habe die Nubwete. Das ist die Nubwete. Ich habe die Nubwete. Das ist die Nubwete. Das ist die Nubwete. Und er sagt, dass sie ein Raffer, ein Raffer, ein Raffer, ein Raffer, ein Raffer in seinem buch scharach nähdlbelag blok 2220 erklärte das gleiche muhamme muhsinn al amin niqmat allah al jazairi gestorben ila jahannem uys al masir 912 in seinem buch al-anwar nuhmanni blok 22234 wakala adullah ibn sabbali ali antal ilah ja haqqan fanafahaw ila medain da sind lieber geschwister alles überlieferungen von deren gelehrten mit mit deren überlieferung ja zu den er immer ja und die sagen hier gesagt kein mensch dass das dass dieser riwayat von von seyfe sei und das ist alles lüge und so weiter sehen wir nicht über geschwister hier ja das war alles das waren alles jetzt die gelehrten von vihaam auk liba geschwister von schiha vihaam hiha auch aahadize liba geschwister von schiha diuvia hat am anfang iblifat am ias indertslumban war shubile run a Bi Gけれ수를 an Abi Gha'far عليه السalam an Abdelallah abn sabbali quand yedda iinبuwa wo yezjarmu an Aamir al-ul-lum'um'inin hu Allah تعāla تعāla عن ذلك فبلغ ذلك Aamir al-ul-um'in-u'min relieh salam hiya iblifat Abi Gha'far l-im-mit Mحمad al-Baqar ya ibn علي ibn al-Hussein ibn علي ibn Abi talib radiallahu Das ist die erste Rewaite. Die zweite Rewaite ist von Aby Abdelrahl. Jaffer. Das ist kein Seifen von Abdelrahl. Das ist kein Seifen von Abdelrahl. Das ist keine Geschichte, das ist ein Hadith von Dien. Das heißt, dieser Typ hat existiert. Dieser Typ war da, liebe Geschwister. Man kann nicht sagen, dass er gar nicht da war. Nur Bakhti. Eine der vier Botschafter, die sehr viel Geld von den Shia geklaut haben, indem die behaupten, dass der Mahdi im Keller ist und nur die, die Stempel haben und die Zugang haben zum Keller, tausend Kilometer unter der Erde und hochkommen mit deren Fragen und so weiter und so fort. Deswegen haben wir jetzt davon, von diesem ganzen Rewaite, den wir überliefert haben, liebe Geschwister, haben wir gelernt, dass dieser Typ gar existiert hat und dass er ein Yahudi war und gezeigt hat, dass er sei Islam oder er hat den Islam angenommen. Aber im Innen wollte er den Islam zerstören, genauso wie die Schia heutzutage den Islam zerstören. Sehe Beispiel Syrien, sehe Beispiel, wie die Ägypten halt vorgegangen sind bei dem Harakat Tamarut, dieser Ibn Mut'a in der Führung. Mahmud Badr heißt der und so weiter und so fort. Egal wo die Schia sind, liebe Geschwister, gibt es Unruhe. Egal wo die Schia sind, sei es in Bahrain, sei es in Irak, sei es in Achwas, Iran, sei es in Afghanistan, Pakistan, überall. In Yaman, egal wo die Schia sind, gibt es Unruhe und Probleme. Kommen wir auch zu ein paar westliche Schriftsteller, liebe Geschwister, und Schreiber, die auch über Abdullah ibn Sabah erzählt haben, liebe Geschwister. Das ist ganz interessant, das, was ich gelesen habe, wirklich. Hier steht ja auch in dem selben Buch, Seite 115, hier steht, Ithbat al-Mustashriqin li'Abdullah ibn Sabah. Sogar die West-, also die Christen, und die Christen und die Juden bestätigen, dass dieser Abdullah ibn Sabah existiert hat. Wie? Der erste ist Julius Wilhausen, steht hier, Mustashriq al-Mani, er ist ein Deutscher. Also er ist gestorben, Jahre 1918. Er sagt, und dieser Gelehrte von Christen war einer, der sich halt mit den islamischen Gruppierungen, hat er sich sehr viel beschäftigt, und er sagt, er sagt, und dann sagt er, er kam viel mehr von ihnen. Abdullah ibn Sabah wurde mehrere Male von ihnen erwähnt. Einer von den Büchern, die er geschrieben hat, und der Abdullah ibn Sabah da genannt hat, Al-Khawarit wa Shia. Über den Khawarit und über den Shia hat er geschrieben, in Seite 170 bis 171. Was sagt er da? Er sagt, Das ist ein Zehn. Das ist ein Zehn. Das ist ein Zehn. Er sagt, Er sagt, Das ist auch ein Schriftsteller, das ist auch ein Schriftsteller, das ist auch ein Schriftsteller. Und er hat sehr viel über Abdullah ibn Sabah geschrieben. Er sagt, Abdullah ibn Sabah ist ein Mؤsses. Hier steht die Magelle der Aschurie. Das ist die Magelle der Aschurie der Aschurie der Aschurie der Aschurie der Aschurie. Und zwar, er sagt, dieses Friedländer, Israel-Friedländer, sagt er, Abdullah ibn Sabah im Mؤsses, Aschia. Sehr wichtig. Er sagt, Abdullah ibn Sabah ist der Gründer der Schiiten. Und original kommt er aus, ursprünglich ist er Yahudi, ein Jude. Wen haben wir noch? Zum Beispiel, Livi Dilafid. Er ist geboren 1886. Er sagt, er schaarer für die Anzeige der Aschurie der Aschurie der Aschurie der Aschurie der Aschurie der Aschurie der Aschurie. Er sagt, dass der Gründer der schiitischen Sekte ist Abdullah ibn Sabah. Kommen wir zu Rinald Niklis. Rinald Niklis. 1945. Lieber Geschwister. Er sagt, in seinem Buch Tarikh al-Adab al-Arabi. Natürlich, diese Bücher sind alle übersetzt. 325 bis 326 Abdullah bin Sabah er sagt Abdullah bin Sabah gehört zu der Taifa von Sabah und war von den Bewohnern der Hauptstadt von Jemen liebe Geschwister man kann nicht behaupten dass diese Abdullah bin Sabah nicht einfach so existiert hat und sagt nein da sind die Bestätigungen zum Beispiel Al-Mahdi Ahmad bin Yahya al-Murtada der bestätigt hundertprozentig dass der schiitische Madhab zurückzuführen ist zu Abdullah bin Sabah liebe Geschwister oder Al-Nubachti sagt das genauso Al-Kishi sagt das genauso und da sind auch nochmal Aqwal Ahl Sunnati wa Ghairihim auch die die imam 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 Ja, deswegen sagt Ibn Taymiyyah, der Anfang von Ablehnung war durch diese Sindik, diese Lügner, Abdullah ibn Sabba, sagt er. Und Imam Basharassani sagt, ibn Sabba ist der Erste, der behauptet hat, dass Ali Imam ist und dass Ali Wasi ist. Und dann kamen die anderen. Und dann sagt auch, imam. Das ist es количество vorallemары des Unternehmen und das Zinnen. Ich sage immer noch die Frau, die Frau von Freunden hat ihn schon 께 дорôt veces. Die Frau von Throningen über 2 und 3 und 3 und 3 und 4 Und herwachsenen. Ich sage die Frau von 3 und 3 und 3 und 3 und 3 und 3 und 4 und 3. Wir haben sehr viele Beweise, liebe Geschwister, ja, kommen wir und ich empfehle euch, jeder von euch, dass ihr diesen Buch auf jeden Fall runterlädt, diejenigen, die halt arabisch können, Taudihun Neba, ein Muassassi Schia, Abdullah ibn Sabah, da sind ungefähr 240 Seiten, werde ich jedem von euch empfehlen, damit ihr dadurch die Rafi, der Mundtot macht. Kommen wir zu ein weiteres Majussi. Er sagt, Abdullah ibn Sabah el-Yahudi ist bei uns nur ein Mythos, lieber Geschwister, ja, dann guckt mal sein Gesicht an, sieht man da, dass er überhaupt eine Ahnung von seinen Medhaben hat, oder diese Bücher, die hinter ihm nur zur Dekoration da sind, dass er eine von denen gelesen hat, ja, das, was wir gerade zitiert haben von den schiitischen Gelehrten, sei es geschichtlich, sei es Ahadith, sei es von den Gedichtern. Er sagt, er existiert nicht. Kommen wir zu den Esel von Schia, nämlich Al-Maliki hier, Hassan Farah Al-Maliki, der sagt auch, dass er gar nicht existiert. Diese, diese Zaydi. Er sagt, er hat gar nicht mit den Kriegen im Islam zu tun, obwohl er war einer von denen, die halt die Leute gehetzt haben gegen Sayyidina Uthman ibn Affan, der Schwieger Sonderes Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, liebe Geschwister. Kommen wir zu dem zweiten Zaydi. Das ist Adnan Ibrahim, einer der Lügner und Zenaadiqa aus Wien. Er sagt, Er sagt, Abdullah ibn Sabah hat keiner seine Geschichte überliefert, außer Sayyidina Uthman ibn Umar. Liebe Geschwister, ich habe jetzt so viele Rewayat zitiert von Schia, ja, abgesehen von Ahl Sunnati und Jemaah, ja, abgesehen von den authentischen Überlieferungen von Ahl Sunnati und Jemaah, dass da Sayyidina Uthman ibn Umar gar nicht vorkommt. Haben wir irgendwo Sayyidina Uthman ibn Umar gehört, liebe Geschwister? Ja, nein, aber das sind Leute, liebe Geschwister, die bezahlt werden von Schia, dass die halt versuchen, diese, diese, diese hundertprozentige Bestätigung von Abdullah ibn Sabah aus den Köpfen zu ziehen, liebe Geschwister. Denn die behaupten, dass dies nur von Sayyidina Uthman ibn Umar überliefert ist, liebe Geschwister, und das ist natürlich eine Lüge, ja, und das ist nur kein Wunder von diesen Zenaadiqa wie der oder der vorhin Al-Farhan al-Maliki, Hassan al-Farhan al-Maliki, dass die sowas behaupten. Natürlich behaupten die das, wenn die halt dadurch bezahlt werden, ja, das sind Sayyidina, das sind nicht Ahl Sunnati und Jemaah Aslan, ja. Und das ist natürlich eine Lüge, wie haben das vorhin wieder liegt. Ich weiß nicht, dass mein Vorschlag schießt den Akлект v.Sabah, nach dem Wukfen Binn ist Gott. Also, der der vorhin sitzt, ein temos, den Abduction den Kl es behauptet, hat gesagt, dass Abduction den Beweis gibt. Also er hat behauptet, der Schia, den er gleich sehen wird, dass der gar nicht existiert hat. Das ist ein Mythos. Kommen wir jetzt zur Bestätigung. Das ist ein Majusi, heißt Shafiq und der ist halt Schia geworden, weil man ihn bezahlt hat, sehr viel Geld bezahlt hat und vorher war er mit dem Regime von Diktator Husni Mubarak und jetzt ist er Schia geworden, ja. So, Seite 22 in dem Buch, den ihr gleich gesehen habt, gerade gesehen habt, Firaq al-Shi'af und Nubachti. Also, das ist ein Buch. so das ist die bestätigung dass egal dass er dass er hundertprozentig so jetzt kommen wir zu anderen gelaten von schiea die behaupten dass dieser abdallah bin das ist der khanzir kamar al-haideri der djall erst mal geht es über wirklich sachen die uns gar nicht existiert deswegen übersetze ich das nicht jetzt kommen wir zu dem schahit so er sagt erst mal es gibt hadith die halt man den normalen leuten nicht zeigen sollte weil die kennen sowas nicht deswegen es gibt hadith die halt nur die mutakassasin nur diejenigen die sich mit zum beispiel irgendein buch beschäftigen und so weiter und so fort die im hausa schirk hat lernen die sollen das nur erfahren nicht die normalen leute nicht die normalen schiiten es gibt hadith sagt er bei uns das sollte die schiiten normal schieden nicht erfahren so er sagt guck liebe geschwister ganz wichtig was er gesagt hat er sagt zum beispiel die die immer diese zwölf imame rabe das verbogene wissen er sagt man darf das nicht einfach so erzählen sondern man muss vorher eine einführung machen und diese einführung ist sehr schwer muaqad sagt er bei allah subhanallah der dien von allah ist leicht ja verständlich bei denen sagt er diese diese sachen wie allmul ghayb bei den zwölf mühameiten oder das sind schwierige schwierige themen man muss vorher sehr viele einführungen und einleitungen machen die ganz schwierig sind bevor man diese diese geschichten erzählt subhanallah so er sagt statt dass man den die normalen armen schiadien alles glauben statt man dass man sowas erzählt diese aqida sollte man es mal vorher sie sage ich mal für dumm verkaufen mit lügen geschichten und lügeneinleitungen damit damit deren gehirn ausgeschaltet wird und dann sollte man anfangen den über al-wilaya taqwiniya und al-mul ghayb und hums und so weiter und so fort zu erzählen so jetzt kommt er wieder er sagt sehr viele male er sagt nicht ich sage nicht 10 mal 20 mal 30 mal sondern er sagt viele male wurde der name abdullahi bin sabah in unseren büchern erwähnt nicht nur nicht nur von den gelehrten sondern von den aemma von den zwölf imamen so er sagt mehr zei mehr male zei viel male wurde abdullahi bin sabah erwähnt durch den imamen so er sagt wenn manche sagen dass dieser abdullahi bin sabah gar nicht existiert hat nur ein mythos ist jetzt kiefe تنتجم مع هذه الروايات اللي الامام sallamallah يقول ان عبدالله بن sabah كذب علينا عبدالله بن sabah فعلت على كيف هذا ينتجم مع نظرية انه ماذا عبدالله بن sabah ماذا شخصية مختلفة مع انه روايات وبعضها ايضا صحيحة السنة ان الامام يذكر اسم عبدالله بن sabah يقول هذا يقول له رسول الله كان يوضي قبل بريا في لهجان وكان مسي ليل ما يكذب عليه من يقول ومن الذين كان يكذب عليه هو بما يكذب عليه من العبدالله بن سبع لعنه اللي يقول هذا يور جاهز تنتجم مع نظرية انه هاي شخصية مختلفة لا وجود لها ماذا So, das ist das Erste. Er sagt, wie kommen die beiden zusammen? Manche von den Gelehrten und manche von den Dummen von heute, von Rafira, behaupten, dass er gar nicht existiert. Aber wir haben eine Hadith, die sahih sind, wo die immer sagen, dass er existiert hat und dass sie ihn sogar beschimpfen mit seinem Namen, liebe Geschwister. Das ist die erste Bestätigung, dass er existiert. Ich wollte euch auch zeigen, dass die Gelehrten von Schia das auch zugeben. Nicht nur, dass wir das schriftlich euch geben mit Beweisen, mit Blognummer, also mit dem Buch und welcher Blog und welcher Seite, sondern auch wir wollen die Gelehrten von Schia sprechen lassen, dass sie auch zugeben müssen, dass er existiert. Ansonsten müssen sie deren ganzen Bücher verbrennen. Das war der erste Majusi. Kommen wir zu dem zweiten Majusi, der auch behauptet und bestätigt, dass Abdullah bin Saba existiert. Er sagt, wir reden jetzt, also er redet jetzt über die Abdullah bin Saba. Er sagt, aber manche konnten jetzt sagen, dass dieser Abdullah bin Saba gar nicht existiert, dass es nur ein Mythos ist und so weiter und so fort. Genau wie wir vorher schon gehört haben. Er sagt, ich antworte darauf jetzt. Er sagt, ich will jetzt nicht lange darüber reden, also nicht lange Rede darüber, sondern ich habe auch was dazu geschrieben, sagt er. Also er hat es auch geschrieben, dass er existiert. Er sagt, wir haben drei Rewaien, die sicher sind, dass Abdullah bin Saba da war, existiert hat. Und wenn diejenigen behaupten, dass er gar nicht existiert, das ist wirklich nicht richtig. Er behauptet, diejenigen, die behaupten, dass Abdullah bin Saba gar nicht existiert, das sind dumme, ahnungslose und es ist nicht richtig. Ja, das ist so eine Übersetzung von dem, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, dass sie drei Rewaien haben, die richtig sind, wo halt dort erwähnt wird, dass Abdullah bin Saba tatsächlich existiert hat. Er sagt, dass Abdullah bin Saba tatsächlich existiert hat und nicht ein Mythos ist. Er sagt, wir haben eine Hadithe, die sicher sind in dem Buch von der Rijal Al-Kaschi. Er sagt, wir haben vier bis fünf Rewaien, die richtig sind. Er sagt, in einer der wichtigsten Büchern von uns, nämlich, علm der Rijal von Rijal Al-Kaschi. Das ist dir, im Marken von Rijal Al-Kaschi. Das ist eine Akhirmachrifat von Rijal Al-Kaschi. Der Rijal, die Scheihten Al-Kaschi. Jetzt haben wir, liebe ich, wir sind, drei Rewaien von Rijal Al-Kaschi, die Abdullah bin Saba tatsächlich existiert hat. Und diese Rewaien sind richtig. Wir haben vier bis fünf Rewaien in dem Buch von Akhirmachrifat Rijal von الشiehh Attaifa Al-Taschi. der bestätigt, dass Abdelrahl mit dem Saba existiert hat. So, er sagt, äh, stellt euch mal vor, jetzt hat die andere Frage, also hat so viele Fragen an euch, so viele Fragen an euch, oh, ja, ja, äh, äh, von Qum, von Najaf und so weiter und so fort. Er hat diese Fragen an euch. Er sagt, ich habe Fragen, so antwortet auf meine Frage. Natürlich die Antworten auf seine Frage nicht, lieber Geschwister. Er behauptet, dass der schiitische, äh, Religion aus dem Yahud entstanden ist. Viele Riwayat von Shia entstanden ist von Yahud und Christen und so weiter und so fort. Wir hören das noch mal zu. Ein Herren, ob ihr euch tauchte ab und so fort. Abine, ihr euch habt ihr euch vor, was ihr euch verpasst, für die 20, 40, 70 und 90 Jahre über die 20 Jahre in dervenste Talresten. Er hat die 20 Jahre in der Rolle gehen und die Welt verpasst, die sich da vor, was ihr Kultur? Oder ich sage euch, dass ihr euch geantwortet an deine Dank für die Antworten. Ich sage euch, weil die andere, an ihre Gefühle zu beinhalt und so weiter und so fort, oder viele von dem sieben, die unter danagement werden, die Menschen, die andere, die Leute anzeige verpasst sind, die Menschen im Gedächtigen, sind, was mankul, So, sehr wichtig, bestätigt hundertprozentig, wir bestätigen das auch hundertprozentig, 1,5 Milliarden Muslime bestätigen das, was er gesagt hat, liebe Geschwister. Er sagt, dass der Mauryat, dass die sehr viel, er sagt nicht alle, aber sehr, sehr viele, sagt er, von den schiitischen Riwayat sind halt Riwayat von den Yahud und Nasara und Christen und Majus, sagt er. Und das bestätigen wir hundertprozentig, da hat er hundertprozentig recht, dass die Religion von Schia basiert auf dieser Riwayat. Und dieser Riwayat sind alle Majus, überliefert von den Yahud und Christen und Majus. So, weiterhören. So, jetzt kommt er mit dem Bombenschlag und sagt, hat der Tafsir al-Qummi. Und wir wissen, dass der Tafsir al-Qummi der uralteste und der größte Buch von Schia ist, liebe Geschwister. Er sagt, ich werde euch beweisen, dass die sehr viele Riwayat von diesem Tafsir, alles Madzu sind, alles Lügen, alles von den Christen und von Yahud und so weiter und so fort, überliefert ist. Er sagt, dass alle Röweat in der Tafsir al-Qummi sind, was der Tafsir al-Qummi ist. Er sagt, dass er alle Röweat in der Tafsir al-Qummi ist. Er ist alles richtig und das ist ein Marja, einer der größten Marja von Schia, liebe Geschwister. Also, der Nachfolger von ihm ist Sistani jetzt. Versteht ihr? Der war vorher der große Marja. Man hat ihn getötet, aber er, natürlich, man hat ihn getötet, damit man selber Marja wäre, damit man selber an den Kummus gelangt und so. Er bestätigt, dass alle Röweat in der Tafsir al-Qummi alles richtig sind. Er hier sagt, sehr viele von diesen, zu 80 bis 90 Prozent von den Röweat von Al-Qummi sind alle Madzu, sind alle von den Madjus, von den Yahud und Nassara. Er sagt, so viele Lügen, so viele Märchen, so viele Übertreibungen, so viele, alles Mögliche, liebe Geschwister, steht in diesem Buch drin. Und das ist der uralteste, der wichtigste, der größte Buch von Schia, liebe Geschwister. Und dann kommen die und sagen, wir folgen Ahl al-Beit, wir folgen Madrasat Ahl al-Beit, ihr liebt nicht Ahl al-Beit, wir lieben Ahl al-Beit. Das sind eure Bücher. Beweist uns ein einziges Rewaya von Ahl al-Beit, liebe Geschwister. Das ist die größte Herausforderung von Schia, dass die auf diese Herausforderung niemals antworten können. Gebt uns ein Rewaya, der überliefert ist nach eurem Maßstab, ja, von Ahl al-Beit, von diesen zwölf Imamen. Gebt uns ein Rewaya, bitteschön. Er sagt aber, die Schia sagen, unsere Seid, Schui, hat nicht darauf geachtet, dass da so viele Lügengeschichten in diesem Tafsir al-Qummi drin steht. Er sagt, er sagt indirekt, nein, er hat keine Ahnung davon. Er sagt, ich habe das untersucht und ich habe das halt bestätigt. So, liebe Geschwister, wir schließen das, inshallah ta'ala, jetzt. Das ist der zweite Teil. Wenn die Rafida Fragen haben, wenn die Rafida halt sagen, dass das, was wir sagen, nicht richtig ist, bitteschön, geht und widerlegt diese Gelehrten, den wir gezeigt haben und widerlegt die Gelehrten, die das halt in deren Büchern niedergeschrieben haben, vor tausend Jahren bis jetzt. Ja, wiederlegt die, erst mal, und dann kommt zu uns und dann können wir miteinander. Das ist voll. Seidur, 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 Seidur. Seidur, Seidur, Seidur.